Was ist eigentlich ein Dottingstick? Das ist ein Dottingstick. Ein Dottingstick ist einfach nur ein dünner Metallstab, wo vorne eine Kugel dran ist. Gibt es in einer dicken Ausführung oder in einer dünnen Ausführung. Das Ganze wird hauptsächlich dazu benutzt, um French aufzutragen. Zum anderen könnt ihr das Ganze auch noch benutzen, um kleine Applikationen wie zum Beispiel Stein auf den Nagel aufzubringen. Oder ihr könnt auch, wenn ihr künstlerisch begabt seid, mit Acrylfarbe kleine Punkte auf den Nagel bringen mit diesem Dottingstick. Dazu einfach nur Acrylfarbe organisieren, den Dottingstick mit der Spitze eintunken und dann auf den Nagel damit. So erreicht ihr eine relativ gleichmäßige Größe der Punkte. Geht einfacher als mit einem Pinsel, deshalb bin ich immer Fan davon gewesen, das mit einem Dottingstick zu machen. Ansonsten gibt es zu dem Teil nicht viel zu sagen, außer ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.